So meine lieben Freunde, jetzt gibt es hier ein neues Hertha-News-Video, wie immer am Montag natürlich auch mit dem Nachwuchsbericht U17, U19, U23 und unsere Damenmannschaft, wie die gespielt haben. Es geht um Steffen Baumgart, der wohl neuer HSV-Trainer jetzt wird und Dienstag das erste Training leiten wird. Ist vielleicht auch für uns nicht ganz uninteressant, auch wenn wir ja kein direktes Duell mehr gegen die Hansestädter haben. Es geht um Fredi Bobic, der war zum einen im Doppelpass, zum anderen gab es heute erste Ergebnisse von einem der zwei Prozesse, die ja Hertha gegen die Bobic-Partei führt und wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt gerne dran und lasst gerne ein Like da für alles, was ja nach meiner Aufnahme gegen Mittag noch so rauskommt. Das können wir ja dann heute Abend um 21.30 Uhr wie immer am Montag streamen besprechen. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr alle mit dabei seid. Lasst uns doch einfach, weil das ja eigentlich kein explizites Hertha-Thema ist und ich sowas eher auf dem Knife-Kanal mache, lasst uns doch einfach gleich erst mal mit dem Thema zu Steffen Baumgart beginnen. Der wird neuer HSV-Trainer. Zwischenzeitlich hatte man ja überlegt, ob Ex-Co-Trainer von Tim Walter, Merlin Polzin, das übernimmt, war er als Interimstrainer beim Spiel vom HSV in Rostock, wo man 2-2 spielt immer wieder durch zwei individuelle Fehler in der Abwehr. Also das Grundproblem, was man auch mit Walters Spielweise hatte. Die Spielweise war schön, ansehnlich, eine entwicklungsfähige auch, eine Art Power-Fußball, aber immer wieder diese individuellen Fehler konnten jetzt vom Interimstrainer nicht in einem Spiel abgestellt werden. Ich meine, wer das erwartet hätte, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Jetzt entscheidet man sich also für einen anderen Weg, für Steffen Baumgart, der mit dem SC Paderborn, ich glaube, 2019 war es, schon mal aufgestiegen ist und laut Bild-Zeitung wird er jetzt Trainer, zuletzt ja beim 1. FC Köln, entlassen worden, weiß also, wie Aufstieg geht und ist ja einer, der komplett über Intensität kommt. Also für mich ein ganz, ganz anderer Weg als mit Tim Walter. Ich persönlich glaube, weil das Spielermaterial ja vorhanden ist, dass das wirklich der Trainer sein könnte, der HSV jetzt im sechsten Jahr zum Aufstieg verhilft. Die Qualität ist auf jeden Fall im Kader gegeben, es könnte ausreichen und langfristig ist das natürlich ein relativ anderer Weg als den, den man jetzt mit Walter eingeschlagen wäre. Der hatte ja viele Für- aber auch Widersprecher. Könnte mir vorstellen, dass es langfristig dann in eine andere Richtung geht. Vielleicht wird es ja auch langfristig. Was ich meine, er ist ja in Rostock geboren, man kennt seine Sympathien natürlich zu Union Berlin, war ja auch Ex-Spieler dort, aber soll ja wohl immer HSV-Fan gewesen sein. Gibt es ja viele, die da in dem Bereich Rostock herkommen, die HSV-Fans sind, also steckt er da auch seine eigene Liebe rein. Ich glaube, dieser intensive, er kann eine Mannschaft begeistern, da braucht man sich gar nichts vormachen. Er kann eine Mannschaft begeistern und mehr als das Maximum aus ihr rausholen. Das hat man bei Paderborn gesehen, das hat man bei Köln gesehen. Wie lange das hält, ist dann immer eine andere Frage. Aber man darf ja bei sowas auch nicht vergessen. Ich meine, im Endeffekt, die Entscheidungsträger, die treffen halt auch politische Entscheidungen und Jonas Bolt steht unter Druck. Viele sprechen von der letzten Patrone mit diesem Trainer. Mit dieser Trainerentscheidung hätte er jetzt auf Paul Zin, dem Co-Trainer gesetzt und das wäre dieses Jahr ins Auge gegangen, wäre es vielleicht langfristig was geworden. Aber dann wäre Bolt vielleicht weg. So könnte es klappen mit dem Aufstieg. Und selbst wenn Baumgart dann in zwei, drei Jahren wieder weg ist oder in anderthalb Jahren, dann hat er vielleicht nochmal eine neue letzte Patrone. Also auch sowas muss man ja bei der Entscheidung abwägen. Ich glaube auch, dass er zu Hamburg an sich total passen kann mit seiner begeisternden Art. Das hatte ja Tim Walter für Hamburg auch schon geschafft, muss man sagen, auch wenn am Ende viele einverstanden waren mit der Entlassung. Hat er ja schon eine Art Hype kreiert dafür, dass Hamburg das sechste Jahr jetzt schon in der zweiten Liga ist. Bin gespannt, wie es wird. Könnte mir vorstellen, dass es aus HSV-Sicht gut werden kann. Er bringt wohl seinen Co-Trainer Wagner mit. Also wahrscheinlich dann mal gucken, ob der Co-Trainer, der Ex-Co-Trainer, der Interimstrainer Merlin Paul Zin dann im Team bleibt. Bin gespannt, wie es für einen HSV wird. Ich glaube, für alle anderen Mannschaften könnte jetzt nochmal eine sehr starke HSV-Mannschaft im Aufstiegsrennen dazukommen. Könnt ihr mal eure Einschätzung schreiben. Ich finde schon, dass das passt und kann mir das sehr gut vorstellen, dass er den HSV zum Aufstieg führt. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt aber zu unserem Nachwuchsbericht oder lasst uns erstmal mit unseren Frauen anfangen. Da fängt, glaube ich, nächste Woche erst wieder die Regionalliga Nord-Nord-Ost mit dem Spielbetrieb an. Es gab ein Testspiel unserer Damen. Die haben 3-1 gewonnen gegen St. Pauli. Dafür Glückwunsch. Und dann natürlich viel Erfolg beim Rückrundenstart. Unsere U17 war auch erfolgreich. Die ist sowieso gerade in einer guten Phase. Sehr, sehr wildes Spiel. Sieben zu vier zu Hause gewonnen gegen den fünfplatzierten Holstein Kiel. Also da hat man auf jeden Fall einiges an Toren geboten bekommen. Elf Tore in einem Spiel. Dreimal Hildebrand erfolgreich. Einmal Ndi, einmal Eskan, einmal Kanneworf. Und Akumu hat auch noch für unsere Hertaner getroffen. Damit sieht es echt gar nicht so schlecht aus. Man kann zumindest mal anklopfen im Staffelmeisterschaftsrennen. Hertha ist jetzt auf Platz 3 hinter Wolfsburg. Drei Punkte hinter Wolfsburg auf Platz 2. Acht Punkte allerdings hinter dem Liga-Primus, dem erstplatzierten RB Leipzig. Dennoch nach teilweise auch schwierigem Start in die Saison. Jetzt echt eine gute Saison. Plus 32 Tordifferenz. Auch ein bisschen schwächer als die Konkurrenten nach vorne. Man hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf dem Platz 4. Also es läuft derzeit gut für unsere B-Junioren, unsere U17. Herzlichen Glückwunsch da an der Stelle ans Team und natürlich auch ans Trainerteam. Und Hildebrand, der 15-jährige Stürmer, besticht ja sowieso durch tolle Werte. Immer wieder mit vielen Toren. Bin mal gespannt, wie das so in drei Jahren mit dem jungen Mann aussieht. Ist ja noch sehr, sehr jung. Kommen wir zu unserer U19. Die hat leider für meine Begriffe eine etwas unerwartete Heimniederlage erlitten. Und zwar zu Hause gegen den neunplatzierten Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger ja Aufsteiger aus der letzten Saison. Hertha eigentlich mit einer tollen Ausgangslage jetzt. Hätte ich eigentlich schon mit einem Sieg gerechnet. Sind auch in Führung gegangen durch Bellomo in der 41. Spiel. Wurde dann aber in der 75. und 89. von Braunschweig gedreht. So Hertha mit einer Niederlage immer noch auf Platz 1 der U19. Bundesliga Nord-Nordost nach 17 Spiel mit 41 Punkten. Sieben Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Zehn auf Union. Aber Wolfsburg hat noch ein Spiel weniger. Das heißt, sie können im schlechtesten Fall für uns den Vorsprung von uns auf vier Punkte wieder verkürzen, nachdem man den ja letztmalig ausgebaut hatte. Aber dafür muss Wolfsburg auch erstmal gewinnen. Sie sind ja jetzt der Jäger. Wir sind die Gejagten. Wir drücken unseren Jungen natürlich trotzdem weiterhin dahingehend die Daumen. Und unsere U23 hat auch am Wochenende gespielt in der Regionalliga Nord-Ost und zwar in Mäusewitz. Viele erinnern sich vielleicht noch an das Pokalspiel in Mäusewitz. Da war ich damals sogar. War eine geile Auswärtsfahrt. Hertha hat 2-0 hinten gelegen. Doppelpack Pauling, 38. 42. Minute und dann allerdings zweimal durch Innenverteidiger ausgeglichen. Einmal 45. 90. plus 1. Einmal 90. plus 1. Also moral bewiesen. Das Team von Stefan Schmidt, was einige aus der ersten Mannschaft mit dabei hatte. Ich kann ja mal die Aufstellung ansagen. Dreierkette. Gechter, Morgenstern und Hoffmann. Also zumindest Gechter und Hoffmann kann man ja. Gechter auf jeden Fall. Hoffmann kann man ja schon fast zur ersten Mannschaft zählen. Quasi hoch im Tor. Linus Gechter. Freitag noch als Stürmer am Einsatz bei der ersten Mannschaft mit einer riesen Torchance. Und jetzt schon wieder am Sonntag war das. Am Sonntag in der Innenverteidigung. Bradley Ibrahim auch wieder von Anfang an im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Zusammen mit Mesut Kesik, Benatira und Nader Jindawi mit dabei. Vorne Toni Rölke, Gustav Christensen und... Oh, falsche Anzeige hier. Die beiden Rölkes waren sogar am Start. Oli Rölke und... Oliver Rölke, ist das richtig? Ich verwechsel immer die Vornamen. Auf jeden Fall beide Rölkes mit am Start. Und ja, 2 zu 2. Wie sieht es in der Tabelle aus? Hertha auf Platz 11 mit 5 Punkten Vorschwung auf dem vermeintlichen Abstiegsplatz. Lok Leipzig, die allerdings ein Spiel weniger haben. Hertha jetzt 11 Spiele, 25 Punkte, 20 Spiele. Ist aber eng da im unteren Mittelfeld, sag ich mal. Der Gegner, Meusewitz, ja auch einer der Abstiegskandidaten. Wichtig, dass wir dieses Spiel nicht verloren haben, denn sonst hätten wir, wären wir punktgleich gewesen mit den Meusewitzern und die wären wahrscheinlich sogar vor uns wegen der besseren Tordifferenz. Also ganz, ganz wichtiger Punkt in letzter Sekunde. Absteigen darf unsere U23 auf jeden Fall nicht, auch wenn das natürlich eine Entwicklungsmannschaft ist, wo vor allem sich Spieler weiterentwickeln sollen oder auch mal verletzte Spieler für die Regeneration wieder eingesetzt werden sollen. Dennoch wichtig wäre es schon, dass wir in der Regionalliga Nordost bleiben. Alleine, wenn wir in Zukunft mehr auf Talente setzen wollen, ist das ja ein wichtiger Zwischenschritt. Ja, was gab es noch vielleicht Interessantes? Ganz interessant, bevor wir zu Bobic kommen, war vielleicht nochmal das Rehse-Interview, wo Fabi Rehse davon gesprochen hat, dass man ja mal träumen darf. Und sein Traum ist natürlich, die letzten ausbleibenden zwölf Spiele alle zu gewinnen. Dann würden wir noch 36 Punkte holen. Mehr, als wir jetzt auf dem Konto haben, würden wir auf 68 Punkte kommen. Vielleicht hat man da nochmal was mitzusprechen im Aufstiegsrennen. Jetzt müssen wir aber erstmal, wie er ja selber gesagt hat, Spiel zu Spiel denken. Man sollte jetzt erstmal froh sein, dass wir erstmal nicht in den Abstiegskampf reingeraten, wo ja auch immer wieder die Mannschaften unten jetzt punkten. Also nur nochmal jetzt nach abgeschlossenen Spieltag hat Hertha zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist ganz, ganz wichtig, um erstmal in Ruhe arbeiten zu können. Nach oben kannst du immer noch gucken. Jetzt guck erstmal von Spiel zu Spiel. Was hat Rehse noch gesagt? Ja, dass er alles daran setzt, für seine Regeneration nach den Spielen, dass er, hat eigentlich sie selber als Musterprofi geschrieben, das glaube ich ihm aber auch, dass er eben nicht viel am Shoppen und Flanieren ist unter der Woche mit seiner Freundin am Kudamm, sondern dass er alles daran setzt, die Muskeln zu regenerieren. Und das sieht man ja auch. Ich meine, er hat so einen athletischen Körper, hat so einen krassen Antritt, was alles wirklich daran auch liegt, wie er zugelegt hat, auch an Muskelkraft. Wenn man das mal vergleicht, wo er noch ein ganz, ganz junger Spieler war, war er wirklich ein Strich in der Landschaft und mittlerweile hat er auch wirklich einen tollen, einen tollen athletischen Körper bekommen. Und man sieht es ja auch daran, er schnauft zwar immer noch am Ende des Spiels, aber wie er jetzt schon wieder loslegen konnte, wenn ihr euch das mal überlegt, er war ja sechs Wochen komplett raus. Er war komplett raus, ohne jegliche Vorbereitung wieder reingestartet, musste immer mehr spielen, als eigentlich geplant war. Und dennoch hat er so einen Impact für uns gehabt und er ist laut Benny Weber ja noch nicht mal bei 100 Prozent. Also daran siehst du schon, dass er wirklich alles an seinem Körper, diesem Profidasein unterordnet, denn sonst ist sowas nicht möglich. Und manchmal hat man ja auch schon gesehen, wie lange eine Rückkehr dauern kann. Das liegt nicht zwangsläufig immer nur an dem Lebensstil der Spieler, aber so ein gesunder Lebensstil, komplett ausgerichtet auf dem Profisport, kann natürlich helfen und zeigt mal wieder, was für ein tolles Mindset er eben hat. Ach, noch eine Nachricht, die dazwischen kommt. Laut BILD gibt es eine Nada-Jendawi-Klausel. Ich soll ja immer mehr über Nada sprechen, habe ich gehört. Nada-Jendawi soll Hertha wohl eine Option haben auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2025. Das wäre dann ein Profivertrag zu erhöhten Bezügen. Derzeit soll er wohl einen mittleren, vierstelligen Betrag verdienen und dann wäre es ein niedriger, fünfstelliger Betrag im Monat wohl gemerkt. Also von einem Tausenderbetrag zu einem Zehntausenderbetrag im Monat. Da sieht man aber eben auch mal wieder, was ich immer wieder gesagt habe. Man kann ihn jetzt mögen oder nicht mögen, aber was für ein Mindset er mitbringt. So viel Geld, was er derzeit verdient, ein einstelliger Tausenderbetrag. Bei einer Insta-Story verdient er es wahrscheinlich das Zehnfache von dem, was er im Monat bei Hertha verdient. Also von daher, er lebt seinen Traum da absolut. Wird natürlich schwierig. Jetzt, wo die Konkurrenzsituation wieder größer ist, spielt er ja erstmal in der ersten Mannschaft derzeit keine Rolle mehr. Ibo Maser ist zurück, Palko Dada ist zurück, Dudziak ist zurück. Auf den Flügeln ist Fabi Reze wieder zurück. Da haben wir auch noch einen Gustav Christensen scherend. Also es wird nicht einfach für ihn. Sollte Hertha die Option nicht ziehen, könnte man natürlich rein theoretisch auch frei verhandeln. Soll mal gucken, ob das für beide Seiten dann Sinn macht. Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, wenn er vielleicht wenigstens nochmal im Profibereich will, in die dritte Liga oder so. Das würde ich ihm durchaus zutrauen. Mal gucken, wie es dann im Sommer weitergeht. Aber ganz interessante Informationen hier, wenn das denn überhaupt alles so stimmt. Ja und jetzt kommen wir zu Fredi Bobic. Der war gestern im Doppelpass. Erstmal ganz interessant. Die haben sich natürlich wieder lange ausgelassen über die ganzen Fan-Proteste. Und ich finde, an Bobic erkennt man schon ein bisschen auch das Problem, warum die beiden Seiten nicht zusammenkommen. Ich kann ja verstehen, dass man dieser Meinung ist, wie Fredi Bobic, der sagt. Also ohne Investoren geht das hier alles nicht. Und das ist eine Entscheidung, die muss wirtschaftlich getroffen werden. Fußballclubs sind wie Unternehmen zu führen. Das brauchen wir alles, kannst du ja so argumentieren. Aber man hat gemerkt, dass er gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war das ein Sport1-Kommentator, der ja gar nicht zwangsläufig die Seite der Fans eingenommen hat oder die Seite der Fans, die für diese Proteste sind. Aber der immer mal wieder auch Argumente gebracht hat, weil Bobic hat gesagt, ja, war doch alles demokratisch, war eine demokratische Abstimmung. Es wurde demokratisch bei der Versammlung entschieden, dass man das eben nicht öffentlich machen will, wie abgestimmt wird. Also ist doch alles in Ordnung. Weiß ich gar nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Man muss sich zusammensetzen, aber das muss jetzt schnell passieren. Und am Ende darf eben auch nicht von den Fans aus diktiert werden, was man macht. Sonst macht man sich erpressbar. Das hatte vor allem eben auch immer unser Freund Alfred Draxler gesagt. Aber er hatte sich dem eingereiht und hatte gesagt, er versteht dann auch das Problem nicht. Das Angebot wurde ja nachgebessert. Beim ersten Mal wurde ja abgestimmt zu noch ganz anderen Konditionen. Und beim zweiten Mal wurden die Konditionen ja toll angepasst. Und deswegen versteht er das alles gar nicht. Und gar nicht, also ich verstehe, wenn man dieses Mindset hat, aber ich finde, das ist einfach schlecht argumentiert, weil es geht ja gar nicht auf die Punkte ein, um die es den Leuten, die dagegen sind, geht. Also zum einen, dass es natürlich rote Linien gibt, aber wie oft sowas in der Vergangenheit auch schon überschritten wurde. Er geht auch überhaupt nicht darauf ein, dass es ja eben darum geht, dass es eben nicht völlig demokratisch war. Er sagt dann immer ja, die Schuld liegt auch bei den Vereinen, wie sie es kommuniziert haben. Ja, aber wenn, das weiß man eben nicht, aber wenn vieles darauf hindeutet, dass Martin Kind entgegen der Vorgaben des eigenen Vereins eben dafür abgestimmt hat, dass ein Investor reinkommt, dann ist das doch das Problem, was die Leute, Leute, die protestieren damit haben. Ja, und das ist dann für mich ein schlechtes Argument, wurde so abgestimmt und jetzt so und dann darauf bezogen, sagte er, wenn man jetzt wieder neu abstimmen würde, immer so lange abstimmen, bis das richtige Ergebnis fällt. Das sei ja auch nicht, ich bin einer Demokratie. Aber genau das Gefühl besteht ja bei allen, die protestieren, auf der anderen Seite. Es wurde erst abgestimmt, dann wurde was verbessert, was viele aber nicht wirklich als Verbesserung gesehen haben in diesen Verträgen und vor allem auch als undurchsichtig und intransparent. Und dann wurde neu abgestimmt und dann gab es auf einmal eine Mehrheit um eine Stimme. Ja, und das ist, finde ich, gerade das Problem, warum sich das auch nicht auflösen kann, weil nicht nur von der einen Seite natürlich, das will ich jetzt auch nicht sagen, vielleicht ist es auch von der anderen Seite der Fall, aber wenn ich so Fredi Bobic dann eben sprechen höre, dann merke ich eben, dass man gar nicht auf die Punkte, um die es den Protestierenden hauptsächlich geht, eingehen will und da eigentlich ein bisschen drum herum redet, aneinander vorbeiredet, wenn man es positiv beschreiben will. Naja, auf jeden Fall hat Fredi Bobic auch gesagt, er fühlt sich langsam wieder bereit, was zu machen, er will wieder wirken. Und da fragt man sich ja auch, ja, wie geht es denn mit den ganzen Prozessen eigentlich weiter? Heute gab es wohl wieder einen Termin vor dem Landgericht, da schreiben unterschiedlichste Medienhäuser, was unterschiedliches Bild kam gerade rein, schreibt, dass der ordentlichen Kündigung von Hertha zum April 2023 stattgegeben wurde, ja, also die ist wirksam und die ist in Ordnung, was schon mal ein Riesenvorteil für uns ist, denn danach wäre ja die Option da gewesen, wenn der Vertrag dann ab dann weiter Bestand gehabt hätte, dass Bobic seinen eigenen Vertrag wohl sogar zu besseren Bezügen bis 2026 hätte verlängern dürfen. Und das wäre ja ein Super-GAU gewesen, deswegen war ja manchmal die Rede von, wenn Bobic in allen Anklagepunkten gewinnt, dann hat er bis 2026 sogar noch erhöhte Bezüge, die müssen wir alle zahlen, sind wir bei über 10 Millionen. Dem wurde Hertha schon mal stattgegeben, das heißt, da müsste man sich jetzt, wenn es dabei dann so bleibt und wenn man dann zu der außerordentlichen Kündigung kommt und da dann Bobic recht gegeben werden würde, dann müsste man sich darauf einigen oder müsste man sich außergerichtlich einigen oder man nimmt die festgeschriebene Abfindungssumme, die in dem Vertrag steht, wenn da eine eben drin steht, ja. Aber es ist schon mal gut, dass Bobic seinen eigenen Vertrag nicht verlängern kann. Noch ist ja auch nicht entschieden, ob die außerordentliche Kündigung rechtmäßig war oder nicht. Wenn sie nicht rechtmäßig war und Bobic recht gegeben wird, ja, dann muss man sich da wieder einigen über eine Abfindung, vor allem auch darüber einigen, da gibt es ja auch noch ein Urkundenverfahren, wo es zu einem Vollstreckungstitel kommen könnte. Das ist alles ein bisschen kompliziert, ich bin ja auch kein Jurist, ich sage es jetzt nur so grob, verbessert mich da gerne, wenn es falsch ist, aber wenn ihm da stattgegeben wird in den beiden Fällen, also sowohl bei der außerordentlichen Kündigung als auch bei diesem Vollstreckungstitel im Urkundenverfahren, dann wäre es halt so, dass das eingefrorene Gehalt ihm bezahlt werden müsste. Wenn dann aber im Nachgang festgestellt wird, dass die außerordentliche Kündigung doch Bestand hat, dann müsste er das Geld auch wieder zurückbezahlen. Jetzt sind auch ein paar Details ans Licht gekommen, zumindest laut Bild, warum es denn neben diesem, ja, dass er zum RBB-Reporter gesagt hat, ich scheue dir sonst einer bei so einer Frage, wo das Gericht wohl schon eher dahin tendiert, dass es normal sei, in so einer Situation, wenn man angefressen ist nach dem Spiel, sowas zu sagen, nicht normal, aber nachvollziehbar sei. Hertha sich aber darauf beruht, dass man ja einen Ethikkodex hat, wie man sich auch gegenüber von unabhängigen Pressevertretern zu verhalten hat. Da wäre das Gericht wohl eher auf der Seite von Bobic, aber es soll wohl noch um etwas anderes gehen und das habe ich mir ja schon die ganze Zeit gedacht, Hertha kann ja jetzt nicht die außerordentliche Kündigung nur darauf berufen, dass er sowas mal gesagt hat. Also hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das ausreichend ist vor einem Gericht, auch wenn er Geschäftsführer ist und eine repräsentative Funktion hat. Jetzt geht es wohl darum, dass Axel Hellmann, der Frankfurt-Chef, von Bobic wohl Unterlagen zur Verfügung gestellt haben bekommen soll, bezüglich dieses Triple-Seven-Deals. Und da würde er wohl gegen die Geheimhaltungsklauseln seines Vertrages verstoßen und dann wäre eventuell sogar diese außerordentliche Kündigung wirksam und dann müssten wir eben auch die, dann müssten wir das Gehalt auch nicht nachträglich noch bezahlen. Das wäre natürlich der Best-Case von uns. Also sehr verworren, alles ziemlich kompliziert. Nächster Termin soll am 27. Mai stattfinden, dann soll wohl Axel Hellmann auch als Zeuge geladen werden. Auch Bobic müsste dann kommen. Mal gucken, wie das weitergeht. Urkundenverfahren gibt es ja wie gesagt auch noch, wo es immer wieder Terminverschiebungen gab wegen Befangenheitsanträgen von Hertha gegenüber den Richtern. Ja, müssen wir mal schauen. Axel Hellmann, warum hat er ihm das zur Verfügung gestellt? Ging wohl um 50 plus 1 Regularien. Ob dieser Triple-Seven-Deal vereinbar mit 50 plus 1 wäre, soll er ihm wohl Unterlagen zur Verfügung gestellt haben, weil Axel Hellmann da ja auch in der DFL zu tun hatte. Ich weiß gar nicht, ob er es immer noch hat. Ja, alles ziemlich kompliziert. Derzeit ist wohl der Stand, dass er diese Unterlagen nicht bekommen hat, dass man sich wohl nur darüber ausgetauscht hat. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Es wird immer wilder, aber ich glaube, wenn das denn so stimmt, was jetzt die Bild-Zeitung als erstes berichtet hatte, dass zumindest mal diese ordentliche Kündigung, ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht die ganze Zeit versprochen mit ordentlicher und außerordentlicher Kündigung, dass diese ordentliche Kündigung, dass da Hertha Recht gegeben worden ist, dann wäre das ja schon mal der erste positive Schritt für uns, wo wir uns auf jeden Fall einiges an Geld einsparen können. Dass man sich außergerichtlich einigt, schätzen die verschiedenen Medienhäuser so ein, dass es nicht passieren wird, weil Hertha da wohl sehr weit auseinander liegt mit der Bobic-Partei. Hertha hatte ja schon mal ein Angebot gemacht, sich dort außergerichtlich zu einigen. Auf das wollte Bobic ja nicht eingehen. Also das sind die neuesten News. Ich hätte es gerne noch ausführlicher gemacht. Wir können aber nachher im Stream noch mal detaillierter darüber sprechen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar neue News. Ich muss jetzt aber weitermachen. Ich wünsche euch einen weiteren schönen Wochenstart. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefällt, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Ich weiß, battlen ist uncool, aber es hilft mir immer. Hauhe, bleibt gesund und Samstag geht es schon wieder weiter. Es geht jetzt Schlag auf Schlag und es ist cool, wenn es irgendwie in der Liga trotzdem noch, ja man soll nicht davon reden. Ich weiß, ich bin doch auch noch ein Fan. Es ist trotzdem cool, wenn es irgendwie gefühlt noch um was geht. Träumen darf ja wohl erlaubt sein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Hauhe.